Und so habe ich gesucht, einfach gesucht. Das war wie wenn so eine Tür in eine andere Welt aufging. Man reibt sich so viel aneinander, man enttäuscht einander. Wenn die Wut hochkommt und ich bin nicht wach genug, bin ich die Wut, die Gier oder der Stolz. Ich ringe, ich kämpfe, ich habe einen langen Befreiungsprozess hinter mir. Nur eine Schokoladenseite zu präsentieren, das wäre für mich nicht mehr ehrlich, nicht mehr echt. Und dann habe ich eine Stimme gehört. Was suchst du denn? Das Leben in dieser Welt gibt uns so viele Reize, dass wir die andere leichter vergessen. Die Angst steckt im Körper. Da auszubrechen, das ist sehr, sehr schwer. Dafür brauchen wir dieses tiefe Vertrauen. Mir kann nichts passieren, auch wenn ich verletzt werde oder wenn ich sterbe. Das war eine sehr, sehr tiefe Erfahrung, die mich wirklich verwandelte. Ich wünsche es jedem, dass er sich selbst wieder begegnet. Und dann begann mein Sinnweg. Das ist ein Moment der Gottesbegegnung von mir. Wai, 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 wai. Das war für mich die Gotteserfahrung. Es war ganz ein gewaltiges Erlebnis, wo alle meine Fragen beantwortet werden. Und dieses Glück ist ein Geschenk. Es ist gratis. Das ist wirklich ein Wunder. Habe ich noch nie in der Wüste gesehen. Noch nie. Habe ich noch nie. Habe ich noch nie. Vielen Dank.